Hi, ich bin der Manu von Fußball mit Vision und ich freue mich, euch erzählen zu dürfen, was es damit auf sich hat. Wir sind ein Team von Fußballern, die teilweise noch aktiv spielen, manche auch schon die Karriere beendet haben und haben dieses Anliegen, unsere zwei großen Leidenschaften Fußball und der Glaube an Jesus zu verbinden. Dazu haben wir angefangen Sportler Gottesdienste anzubieten für Fußballer und Fußballerinnen und darüber hinaus auch sie mit allem, was in und durch den Sport anfällt, zu unterstützen. Ja und aus dieser Arbeit ist ein weiterer Projektteil entstanden für Schulen, für Sportvereine und sonstige Veranstaltungen, bei dem ihr uns einladen könnt. Zum Beispiel ein Rallye-Unterricht, wo wir über grundsätzliche Lebensfragen, wie gehe ich mit Leistungsdruck um, was gibt mir als Mensch meinen Wert und wofür lebe ich so ganz grundsätzlich sprechen und auch erzählen, wie der Glaube an Jesus uns geholfen hat, darauf eine neue Perspektive zu bekommen. Weiter gibt es ein absolutes Highlight, nämlich ein Live-Telefonat mit einem aktuellen Bundesligaspieler, der den Schülern Rede und Antwort steht und Jonglierwettbewerbe und sonstige Fun Facts, die wir dort mit einbauen. Ja, wir waren mittlerweile an sehr vielen Schulen unterwegs und ich muss ehrlich sagen, es macht uns unglaublich viel Spaß und Freude, vor allem auch zu sehen, wie die Schüler darauf reagieren und wie für sie das echt ein absolut besonderes Highlight ist. Das Angebot zählt nicht nur für Schulen, sondern auch für Sportvereine und sonstige Events. Wenn ihr Infos dazu haben wollt, schaut gerne auf unserer Homepage Fußball mit Vision vorbei. Wir freuen uns von euch zu hören.